Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch die besten Beamer für zu Hause, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Mit einem Beamer ist das volle Kinoerlebnis in fast jedem Wohnzimmer möglich. Beamer kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, sodass es eine immer vielseitigere Auswahl gibt. Insgesamt habe ich drei Beamer hier miteinander im direkten Vergleich. Welcher Beamer am besten zu dir passt, erfährst du jetzt. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Fangen wir an mit dem Beamer von Yaba. Von einer 5,5 Zoll Smartphone-Oberfläche bis zu einem 300 Zoll Bildschirm. Das geht ganz einfach mit dem Beamer von Yaba. Verabschiede dich vom Ärger mit Kabeln, Adaptern und Dongles und genieße das Erlebnis einer großen Leinwand, wann und wo immer dies möglich ist. Besonders, wenn der Heimprojektor an der Decke aufgehängt ist, bietet dir der V6 Dual Band WiFi und Bluetooth Beamer drahtlose Freiheit und flüssiges Video. Mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, einer Helligkeit von 8500 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1 liefert es einen hellen Großbildschirm mit ausgezeichneter Bildschärfe, ein dreidimensionales Farbsichtmodell, HiFi Stereo und reibungslose Bewegungsdetails für Heimanwender und Unternehmen. Meine Meinung? Top Produkt! Die Auflösung ist 1A und das Übertragen per Smartphone funktioniert ebenfalls einwandfrei, welches ich wirklich grandios finde. Der Beamer verwandelt dein Wohnzimmer in ein richtiges Kino. Außerdem läuft alles perfekt, vor allem die Übertragung vom Smartphone ohne lästige Kabel. Auch der Sound ist einwandfrei. Klare Kaufempfehlung meinerseits. Mit überzeugenden 4,1 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass dieser Beamer von Yaba ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch den Beamer von Art.ly vorstellen. Dieser Beamer unterstützt 4K UHD, bietet lebendige Farben und einen starken Bildkontrast. Der LED-Beamer unterstützt 5G-WiFi und überträgt somit Videos schneller und stabiler. Das ultraschnelle 5G-WLAN bietet ein flüssigeres und verzögerungsfreies Videostreaming-Erlebnis. Du kannst Spiele, Videos, TV-Serien, Fotos, Sport, UEFA Champions League und vieles mehr ohne Komplikationen genießen. Dafür ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich. Der HDMI-Kabelanschluss ist natürlich auch vorhanden. Mit Bluetooth kannst du jederzeit eine drahtlose Verbindung zu Bluetooth-Geräten herstellen. Es ist weitgehend kompatibel mit allen Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern und Soundbars. Dank der eingebauten Lautsprecher ist der Klang laut und dynamisch. Für echten Heimkino-Sound empfehle ich jedoch eine externe Soundbar. Auch hierzu habe ich euch ein Video vorbereitet. Anfangs war ich etwas skeptisch, ob der Lüfter mit der Zeit nicht als störend empfunden wird. Das ist zum Glück nicht der Fall. Anfangs fällt einem der Lüfter zwar auf, weil man das vom Fernseher nicht gewohnt ist, aber der Ton überspielt die Geräusche und so nimmt man sie auch nicht mehr wahr. Die Einrichtung ist einfach wie bei fast allen Geräten Plug & Play. Ebenfalls ist die Verarbeitungsqualität durchweg sehr gut. Nichts knackt oder knarzt. Fazit Die Auflösung und Helligkeit des Bildes durch diesen Beamer ist wirklich hervorragend. Das Verbinden mit dem Smartphone über WLAN funktioniert auch super. Auch der Klang der eingebauten Lautsprecher ist einwandfrei. Dieser Beamer hat mich mit all seinen technischen Features komplett überzeugt. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von Beamern für zu Hause, möchte ich euch wärmstens den Beamer von TopTrow ans Herz legen. Der Projektor sorgt für klare Bilder, hohe Farbwiedergabe, verursacht keine Augenermüdung, schützt die Augen vor Schäden auch bei langen Videospielen oder Filme gucken und bringt dir und deiner Familie ein wunderbares Gefühl, vergleichbar mit einem richtigen Kino. Der Beamer unterstützt eine 5G und 2,4G Dual Band WLAN-Funkverbindung in Android- und iOS-Smartphones. Der Beamer verfügt über integrierte Dual High Fidelity Stereo-Lautsprecher, die mit einem innovativen Wärmeableitungssystem und einer Geräuschreduzierungstechnologie ausgestattet sind. Mit starken 4,5 von 5 Sternen sind sich alle Kunden und Bewertungsportale einig. Bei diesem Beamer kann man absolut nichts falsch machen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und dann geht es um die Glocke, um ein bisschen zu verpassen.